Guten Tag, ich repräsentiere die Firma Evotech Motorsport in Russland. Die Firma Evotech Motorsport wurde 1997 gegründet und hat sich am Anfang nur mit Rennfahrzeugen, Rallye, Rundstrandfahrzeugen beschäftigt. Die Firma Evotech wurde in 1997 gegründet und spezialisiert nur auf Rallye und Rallye. In 2000 wurde dann der Schwerpunkt auf Straßenfahrzeuge gelegt. In 2000 wurde die Firma Evotech Motorsport durch die Sportartenfahrzeuge gegründet. Heute wollen wir den Umbau an einem BMW X5 M zeigen. Für den BMW X5 M haben wir zwei Leistungsstufen. Für den BMW X5 M gibt es zwei Leistungsstufen. Version 1 550 PS auf 600 PS und 680 Nm auf 800 Nm. mit Steuergeräte und Ersatzwohren. Version 2 von 550 PS auf 630 PS und 680 Nm auf 850 Nm mit Steuergeräten und Ersatzwohren. Version 2 von 550 PS und 680 Nm mit Steuergeräten und Ersatzwohren. Version 2 von 680 Nm mit Steuergeräten und Ersatzwohren. Das ist mit der Schwerpunkt und Ersatzwohren. Vurde-Gast. Vurde-Gast von 290 Nm mit Steuergeräten und Ersatzwohren. Untertitelung des ZDF, 2020